Lexi rannte so schnell sie konnte, aber ihre Füße fühlten sich an, als wären sie aus Blei. Panisch blickte sie über ihre Schulter zurück und sah, dass der Schatten näher kam. Gleich würde er sie einholen. Ich tu dir nichts. Die Stimme klang freundlich, lockend, aber das ließ ihre Angst nur größer werden. Bleib hier. Lauf nicht weg. Etwas schoss an ihr vorbei, so dicht, dass sie den Luftzug deutlich spürte. Dann herrschte plötzlich wieder Stille. Nur das Licht war noch da. Eine Autotür klappte, dann packte sie jemand an den Armen. Verdammt, sind sie wahnsinnig! In der tiefen Stimme, die zu ihr sprach, schwang Wut mit. Ich hätte sie fast überfahren! Unter ihren bloßen Füßen spürte sie den harten Asphalt und plötzlich auch die Kälte. Mees! Können Sie mich hören? Die letzten Nebel des Traums lösten sich auf und sie sah den Mann, dem die Stimme gehörte. Er hatte schwarze Haare und sehr blaue Augen und trug eine dunkle Lederjacke. Es waren seine Hände, die ihre Oberarme umfasst hielten. Wissen Sie, wo Sie sind? Beklommen blickte Lexi sich um, nahm zum ersten Mal die Umgebung wahr. Sie stand auf einer Straße, irgendwo draußen im Mondlicht in einer ziemlich einsamen Gegend. Hügel hoben sich dunkel vor dem nachtblauen Himmel ab, aber es gab keine Häuser. Die Luft roch salzig, so als wäre das Meer in der Nähe, und der Wind blies kräftig, ließ den Stoff ihres Nachthemdes flattern. Nachthemd, dachte sie, und blickte erschrocken an sich herunter. Sie trug nur das, keine Schuhe, keinen Mantel, und dann war da noch das Auto. Ein großer, schwarzer BMW. Er stand ein paar Meter weiter schräg auf der Straße, mit der Motorhaube in ihre Richtung. Die Scheinwerfer, die immer noch brannten, beleuchteten die Reifenspuren, die sich in mehreren Bögen über den Asphalt zogen. Einer dieser Bögen führte genau um die Stelle herum, an der sie stand. Sie dachte an das laute Geräusch, das sie gerade so erschreckt hatte, und begriff, was es gewesen war. Kreischende Bremsen. Deswegen stand der Wagen dort so komisch. Er hatte aus voller Fahrt angehalten und war ins Schlingern geraten, bei dem Versuch, ihr auszuweichen, weil sie im Nachthemd irgendwo draußen auf der Landstraße herumgelaufen war, was nur eins bedeuten konnte. Ein Zittern durchlief sie, was dem Mann nicht entging. Sie frieren ja. Er zog seine Jacke aus und legte sie ihr um die Schultern. Dann schob er sie zu seinem Auto. »Kommen Sie, setzen Sie sich!« Sie wehrte sich nicht, als er ihr auf den Beifahrersitz half. Die Lederpolster waren weich, und das Wageninnere wirkte edel, mit dem glänzend lackierten Holz und dem vielen Krum. Sie schmickte sich noch ein bisschen tiefer in die viel zu große Jacke, die sie in eine angenehme Wärme hüllte. Das Aftershave des Mannes hing darin, fremd und männlich. Und auch wenn es gut roch, erinnerte es sie daran, dass es noch keinen Grund gab, sich zu entspannen. Es war wieder passiert, und sie fühlte sich genauso hilflos und verwirrt wie sonst auch. Nur, dass sie es diesmal auch noch dem fremden Mann erklären musste, der gerade auf der Fahrerseite einstieg. Lexi hatte ein schrecklich schlechtes Gewissen. Nicht nur wegen der Jacke. Sie hatte ihn in Gefahr gebracht. Es tut mir leid. Ihre Stimme klang belegt, und sie versuchte entschuldigend zu lächeln, was keinen großen Eindruck auf ihn zu machen schien, denn er blieb ernst. Wie heißen Sie? Wissen Sie das? Er blickte auf ihr Nachthemd, das unter der Jacke herausschaute, und sie spürte, wie ihr Röte in die Wangen schoss. Offenbar glaubte er, dass sie nicht ganz bei Trost war, was ja irgendwie auch stimmte. Lexi, sagte sie heiser. Lexi Cavendish. Und was machen Sie hier draußen? Die Stränge war zurück in seiner Stimme, wenn auch immer noch gepaart mit Sorge. Sie zog die Jacke noch enger um sich. Ich hatte einen Albtraum. Sofort kamen die Bilder zurück, so deutlich, dass die Erinnerung sie schaudern ließ. Es war immer der gleiche Traum. Er verfolgte sie schon seit vielen Jahren, und sie rannte darin immer, floh vor einer namenlosen Bedrohung, einem dunklen, gesichtslosen Schatten. Er würde ihr wehtun, wenn sie stehen blieb, auch wenn er stets flüsternd das Gegenteil behauptete. Deshalb lief sie um ihr Leben, rannte und rannte, bis sie aufwachte. Im besten Fall in ihrem Bett, aber manchmal eben auch nicht. Sie schlafwandeln? Lexi nickte. Manchmal. Das ist gefährlich. Wieder nickte sie, als ob sie das nicht wüsste. Sie konnte die Male nicht mehr zählen, in denen sie sich in brenzlige Situationen gebracht hatte. Wissen Sie eigentlich, wie knapp das war? Er stieß die Luft aus, und sie sah ihm an, wie sehr ihn die Erinnerung an das, was gerade fast passiert wäre, immer noch schockierte. Sie standen ganz plötzlich auf der Straße. Zum Glück hatte ich das Fernlicht an und konnte sie früh genug sehen. Er schüttelte den Kopf. Das waren wirklich nur Sekundenbruchteile. Wenn ich nicht mehr hätte ausweichen können, das mochte sie sich genauso wenig ausmalen wie er. Es tut mir leid, wirklich, versicherte sie ihm. Ich kann das nicht kontrollieren. Manchmal gehe ich nur im Raum auf und ab, aber wenn es ganz schlimm kommt, dann laufe ich richtig weit, ohne dass es mir bewusst ist. Der Mann runzelte die Stirn. Gibt es denn niemanden, der dafür sorgen kann, dass sie sich nicht in Gefahr bringen? Vermutlich zielte die Frage darauf ab, ob sie einen Mann hatte, oder überhaupt Familie, Menschen, die sich um sie kümmerten. Doch davon gab es in ihrem Leben nicht viele. Nein, ich bin nicht von hier, außerdem ist es lange nicht mehr vorgekommen. Tatsächlich hatte sie schon geglaubt, dass es vorbei wäre mit dem Schlafwandeln. Die letzten zwei Jahre waren ruhig gewesen. Keine Albträume, keine nächtlichen Wanderungen mehr. Was sicher auch damit zusammenhing, dass sie ihren Traumjob gefunden hatte und dass ihre Arbeit sie glücklich machte. Sie war fest entschlossen gewesen, nur noch nach vorn zu blicken, nicht mehr zurück. Und es hatte funktioniert. Bis jetzt. Dass der Schattentraum sie mit einem Mal wieder so heftig verfolgte, musste an dieser Gegend liegen. In Donegal, der nördlichsten Provinz Irlands, war sie noch nie gewesen. Doch seit sie vor ein paar Stunden nach mehrstündiger Fahrt in dem kleinen Städtchen Cary nahe der Küste angekommen war, ließ sie das Gefühl nicht los, dass sie diesen Ort kannte. Die Häuser mit den meist weiß getünchten Fassaden und die schmalen Straßen wirkten auf eine seltsame Weise vertraut. Nicht wegen der Ähnlichkeit zu anderen Orten, an denen sie schon gewesen war. Diese Vertrautheit ging tiefer. Sie kannte sich hier aus. Als sie auf den Dorfplatz zugefahren war, hatte sie schon eine Sekunde, bevor sie um die Ecke gebogen war, gewusst, dass links hinten am Ende des Platzes eine von einer Steinmauer eingerahmte kleine Kirche stehen würde. Es hatte sie richtig erschreckt, dass es diese Kirche wirklich gab. Und genauso war es ihr mit dem Castle Inn gegangen, dem Pub, in dem sie sich ein Zimmer genommen hatte. Noch bevor sie den großen Gastraum im Erdgeschoss betreten hatte, war sie sicher gewesen, dass er langgezogen sein würde, mit einer niedrigen Decke und zwei großen Kutschenrädern an der Wand rechts und links von der Bar. Was ebenfalls gestimmt hatte. War es da ein Wunder, dass sie keine Ruhe hatte finden können? Sie konnte diesen Ort nicht kennen, denn sie war in England geboren und in Amerika aufgewachsen. Zuletzt hatte sie in New York gelebt, bevor sie dann vor zwei Jahren nach Dublin gezogen war, um dort eine neue Stelle anzutreten. Sicher, in letzter Zeit war sie öfter mit ihrem Boss Andrew auf Geschäftsreise gegangen, aber nicht nach Donegal. Geht es Ihnen wirklich gut? Die Frage des Mannes riss sie aus ihren Gedanken. Was? Ja, es geht. Sie lächelte erneut zaghaft. Danke, dass Sie mich nicht überfahren haben. Das war durchaus auch in meinem Interesse, meinte er und erwiderte diesmal ihr Lächeln. Wenn er nicht so ernst guckt, sieht er richtig gut aus, dachte sie und betrachtete ihn zum ersten Mal genauer, nahm sein klassisches Profil und das kantige Kinn wahr, aber auch die dunklen Schatten unter seinen ungewöhnlich blauen Augen und die Bartstoppeln auf seinen Wangen. Er schien schon länger unterwegs zu sein und wirkte müde. Außerdem war er zwar eindeutig älter als sie, aber jünger, als sie anfangs geglaubt hatte, höchstens Mitte dreißig. Kann ich sie irgendwo hinfahren? erkundigte er sich, und ihr wurde erschrocken bewusst, dass sie ihn viel zu lange angestarrt hatte. Sie zögerte kurz, weil sie ihm nicht weiter zur Last fallen wollte, aber sie hatte keine Ahnung, wie weit sie im Schlaf gelaufen war, deshalb war sie auf seine Hilfe angewiesen. Kennen Sie das Castle Inn in Kerry? Er nickte und startete den Motor, setzte den Wagen zurück und lenkte ihn über die kurvige Landstraße. Sie bogen zweimal ab und erreichten kurze Zeit später den kleinen Ort, der jetzt zur Ruhe gekommen war. Am Nachmittag hatte das noch ganz anders ausgesehen, da waren die schmalen Straßen voller Menschen gewesen und es hatte ein buntes Treiben geherrscht. Unzählige Fahnen und Wimpelketten schmückten die Gebäude, denn der kleine Ort würde in den kommenden Tagen sein 500-jähriges Jubiläum feiern. Dafür war offenbar die ganze Woche über ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen geplant. Die meisten Leute schienen inzwischen allerdings zu schlafen, denn in den Häusern, die sie passierten, brannten nur noch sehr wenige Lichter. Lexis Blick fiel auf die Anzeige vorne im Bordcomputer des BMW und sah, dass es kurz vor zwei Uhr morgens war. Wieso sind Sie denn so spät noch unterwegs? Der Mann sah sie überrascht an und Lexi wurde bewusst, wie misstrauisch ihre Frage geklungen hatte. Tut mir leid, fügte sie hastig hinzu. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich dachte nur, dass ich längst schlafen müsste. Er verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln. Das würde ich gerne, glauben Sie mir. Aber mein Flieger aus New York hatte sechs Stunden Verspätung und dann gab es Schwierigkeiten am Schalter der Autovermietung. Deshalb habe ich das Ziel meiner Reise leider immer noch nicht erreicht. Oh, er kam aus Amerika? Lexi war davon ausgegangen, dass er ein Einheimischer war, weil er Englisch mit irischem Akzent sprach. Aber vielleicht war er ja auch einfach auf dem Heimweg. Sie wollte ihn danach fragen, wo genau er wohnte, doch bevor sie dazu kam, hielt er den Wagen an. Wir sind da. Der Eingang des Papsts lag im Dunkeln, wie fast der ganze Rest des Hauses. Nur ein Fenster im ersten Stock war schwach erleuchtet. Es scheint noch jemand wach zu sein. Der Mann blickte durch die Scheibe nach oben zu dem erhellten Fenster. Unglücklich schüttelte Lexi den Kopf. Das da oben ist mein Zimmer, erklärte sie. Wahrscheinlich habe ich die Nachttischlampe angelassen. Das hatte sie nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Das war nur einer ihrer vielen Spleens, aber da der Mann sie bestimmt schon für merkwürdig genug hielt, erwähnte sie es lieber nicht. Außerdem war ihr gerade eingefallen, dass es ein viel drängenderes Problem gab. Ich habe gar keinen Schlüssel dabei. Sie wusste nicht, wie sie das Haus verlassen hatte und erst recht nicht, wie sie jetzt wieder hinein gelangen sollte. Eine neue Welle der Verzweiflung überkam sie, weil ihr die Situation so schrecklich unangenehm war. Nicht nur, dass sie im Nachthemd im Auto eines Fremden saß, dem sie unnötig Umstände machte. Jetzt musste sie auch noch die Wirtin herausklingeln und ihr erklären, wieso sie… Die Tür ist nicht abgeschlossen. Die Bemerkung des Mannes unterbrach ihre düsteren Gedanken. Sind sie sicher? Er nickte. Würde mich jedenfalls wundern. Sheila und Fred lassen sie eigentlich offen, damit die Gäste kommen und gehen können, wie sie wollen. Er grinste, als sie ihn überrascht anstarrte. Sie sind nicht vom Land, oder? Nein, sagte sie. Aber er stammte offenbar tatsächlich aus dieser Gegend, wenn er wusste, dass die Wirtsleute Sheila und Fred hießen. Na los, sehen Sie mal nach, ob ich recht habe. Als sie neben dem Auto stand, spürte sie trotz der Jacke die Kälte des frühen Aprilmorgens. Das Kopfsteinpflaster unter ihren nackten Füßen und die Atemwolke vor ihrem Mund machten ihr schlagartig bewusst, wie geborgen sie sich im Inneren des Wagens gefühlt hatte. Hier draußen schienen die Schatten des Albtraums wieder nach ihr zu greifen und ein Moment lang fürchtete sie sich davor, allein ins Haus zu gehen. Ich bringe sie lieber noch rein, erklärte der Mann und Lexi überlegte kurz, ob sie das ablehnen sollte. Aber der Gedanke an den dunklen Gastraum und die Flure im Pub, die sie gleich durchqueren musste, machte ihr immer noch Angst. Danke, sagte sie deshalb und verdrängte den Gedanken, dass er eigentlich schon genug für sie getan hatte. Der Mann lächelte und streckte ihr die Hand entgegen. Gerne. Ich bin Grayson Fitzgerald. Oh mein Gott, dachte Lexi entsetzt und spürte, wie ihr das Blut aus dem Gesicht wich. 一 glatt, wie ihr da ant bulletet und spürte, wie kann ich auch nicht alles abimmen? Vielen Dank.